Hier ist noch ein langes Hanfband zum Einsatz gekommen, das jetzt die Dampfleitungen umgibt, so dass hier im Endeffekt nicht so viel Wärme verloren geht. Ich habe eine Katte gefunden. Und sie läuft einfach über mich drüber. Und ich laufe jetzt ein bisschen mit ihr rum. Die Lampen haben noch Verzierung bekommen. Und der Hampeldampfmann mit Zylinder sitzt hier im Moment noch etwas regungslos und ruht sich aus. Bald wird er viel zu tun haben und unermüdlich zum Tanz der drehenden Maschine seine Gliedmaßen für uns bewegen zur Unterhaltung. So, ich glaube ich muss die Männer verscheuchen. Danke sehr wichtig.